Freunde, heute wollten wir euch zeigen, wer bei den Plate Awards gewonnen hat, aber als ich heute Morgen ins Bandspüro gekommen bin, dann guckt euch das selber an. Ich melde mich aus der Zentrale der Plate Redaktion und ihr seht hinter mir waltet das Chaos. Über Nacht hat uns ein Hochwasserschaden getroffen, das komplette Büro, ihr seht es, alles steht unter Wasser, die Feuerwehr ist da und irgendwie müssen wir jetzt versuchen hier zu arbeiten. Es ist ein bisschen chaotisch und wir hoffen, dass wir das Ganze möglichst schnell geregelt kriegen, aber wisst ihr, was richtig schade ist? Auch das Studio von Plate stand echt fies unter Wasser. Kommt mal mit! Also im Moment haben wir es schon fast ganz gut hier leer gesaugt, aber das Wasser stand echt bis zu den Knöcheln. Der komplette Studio-Boden hat sich vollgesogen, es sieht alles nicht so wahnsinnig gut aus. Ich hoffe wirklich, dass wir dieses Studio so schnell wie möglich wieder repariert kriegen, damit wir wieder neue Sendungen aufzeichnen können. Also drückt uns die Daumen, dass wir das Ganze hier möglichst schnell beseitigt kriegen und ja, eure Mitleidsbekundungen könnt ihr gerne in die Comments schreiben. Das ist die Daumen, die Daumen, die Daumen sind richtig gut aus. Amen. Amen.